Wem gehören die Staatsanleihen? Diese ganzen Rettungspakete retten eigentlich diejenigen, denen die Staatsanleihen gehören. Das sind nicht die Griechen, sondern damit werden gerettet deutsche Banken oder deutsche Millionäre oder wer auch immer diese Anleihen hat. Und seine Tresoren. Genau. Und durchgesetzt wird dieses Argument ein bisschen mit der Angst. Natürlich würde das jetzt auch die Bevölkerung oder ein Land oder ein Staat treffen, wenn das in Konkurs geht.